Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda-Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Alexander Bälle aus Hausen hat ein außergewöhnliches Hobby. Der 16-jährige Azubi beatboxt. Also erarmt nur mit Lippen und Zunge Schlagzeugtöne nach. Und das täuschend ähnlich. Wie bist du eigentlich zum Beatboxen gekommen? Also ich bin früher darauf aufmerksam geworden durch meine Schwester. Die hat mir ein Video davon gezeigt und dann habe ich es gleich gesehen und wollte es gleich nachmachen. Wie lange beatboxst du schon? Circa 4-5 Jahre. Und wie oft am Tag? Wie viel muss man üben? Naja, ich mache es eigentlich mehr so Hobby-mäßig. Also je nachdem, wie ich gerade Zeit habe und Lust habe. Was muss ich machen mit den Lippen, mit der Zunge, mit der Atmung? Zum Beispiel durch den Ton holt man ja wieder Luft rein und durch den Ton holt man Luft raus. Also zum Beispiel. Du bist ja auch schon relativ bekannt geworden. Erzähl mal, wie du angesprochen wurdest. Ich bin zuerst in ein Restaurant gekommen, in Urlaub in der Niederlande. Und dann hat mich der schon so komisch angeschaut, der Typ. Und dann bin ich so rindergelaufen, habe mich hingesetzt. Und dann ist er, nachdem er fertig gegessen hatte, an mir vorbei, hat sein Tablett abgegeben, ist zurückgekommen. Und dann hat er mich gefragt auf Englisch, ob ich nicht der aus dem Internet wäre und ob er nicht ein Foto mit mir machen könnte. Und wie viele Views hast du schon auf YouTube? Knappe 15 Millionen mit einem Video. Knappe 15 Millionen mit einem Video. Knappe 15 Millionen mit einem Video.